Ja, ich nehme euch mit auf eine Runde auf der Ascari-Rennstrecke im neuen Golf-Variant R. Und ihr werdet jetzt mal erleben, was diese kleine Kiste, diese große Kiste, die Rennwagen für Familienväter, was... Uah, komm! Uah! Ja, so muss das sein! Das ist doch ein Rennwagen! Ein Golf R. Und ich hoffe, ich überlebe das und ihr könnt den Film noch sehen. Es ist unglaublich, was dieser Golf R mit seinen 300 PS auf die Piste zaubert. Ihr seht das hier. Und ich habe jemanden neben mir sitzen, der fährt deutlich besser als ich. Und insofern könnt ihr wirklich nun mal erleben, was dieses Auto kann. Und dass man damit wirklich absolut ausreichend motorisiert ist, wenn man Rennsportanbizionen hat. Schaut euch das mal an. Und das ist ein Golf. Und ich kriege ja die Kamera schon gar nicht mehr richtig gehalten. Wunderbar! Und die Beschleunigung, guckt euch das mal an. Ich habe euch mal einen kurzen Eindruck von dem, der das kann. Wunderbar! Sensation! Das ist Kino! Das ist großes Kino! Ich werde schon ganz leise. Stark! Ja, das ist der Ascari Racetrack in der Nähe vom südspanischen Malaga. Eben. Golf. Variant. Ja. Und jetzt haben wir die Runde gleich zu Ende. Sensation. angelset. Na, ist er. Ich bin. Es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.